Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge HUNT SHOWDOWN Zu einer neuen Folge Dead Badated Gut, ich habe jetzt auf meiner Waffe ein Visier drauf, so ein ganz kleines Das ist so eine modifizierte von der 15 schüssigen Aber wie das einfach so extrem rumwackelt Gehen wir erstmal zu einem Hinweis Und dann finden wir ja bestimmt Loll Extraktion, nein Das wär's Loll Wie weitest du bereich? Ja, Loll, klar Gleich zwei so Viecher Komm Scheiß drauf Ähm Ach, jetzt weiß ich was du mit Visier meinst Ach du Scheiße Genau das gleiche Gewerbe Das ist ein Problem Damit treffe ich ja noch schlechter Ne, keine Chance, also das ist gar nichts Holy Shit Oh nein, das ist sehr fruchtbar Soll man da gleich nach rechts und zu den Spielern Weil ganz ehrlich Ne, gehen wir erstmal zum Hinweis Und wenn wir zum Hinweis gehen Sind wir 100 Pro auch gleich Spiele All wir verkacken so Also das Visier Holy Shit Ne, damit alles andere unscharf und dagegen Ne Ja Holy Moly Und hey, was ist denn das auch da unten Loll Ich bin grad auf dir gelandet Loll das ist auch gleich der zweite Hinweis Lass mir mal ne Wenigstens paar Punkte mitnehmen Ey Aber ich glaub die Chancen stehen schlecht Wenn wir beide eine Waffe haben Mit der man nicht umgehen kann Ja Ja wir haben beide genau die gleiche Waffe Das war jetzt auch ein purer Zufall Das war seine Anfänger Also seine Ausrüstungswaffe So einfach mal vorwaschen Bringen wir's hinter uns So Oh Oh Loll Wo kommt die denn davon mal her Hä, wo ist sie Loll Ich glaub da kämpft schon wer gegen die Spinne So wie sich das anhört Ey Loll Wo wart die jetzt Loll 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 ey Und dann noch vergiftet Hast du geschossen? Ja Es ist unscharf werden Es ist ja richtig übel ne Ja Das ist Das ist Derweil wenn das Ziel bisschen weiter links oder rechts davon ist Dann sieht man es nicht mehr gescheit Dann kann man eigentlich mal treffen Aber man muss relativ lange auf ein Ziel zielen Dass man da gut zielen kann Man muss lange auf ein Ziel zielen Das ist so riskant was ich gerade tue Holy shit Ne Wir haben gleich drei Hinweise ne Das war jetzt schnell In nicht mal fünf Minuten haben wir jetzt drei Hinweise gefunden Wie wir einfach durchwaschen Ey Loll Der ist doch schon gerade gefroren oder? Okay mit dem Säbel sind es nur zwei Ja der Säbel der ist geil So wo ist er? Oh Oh Ja Hm Ähm Oh Okay Ach komm leck mich Ähm komm Ja und du? Pfff Sollen wir uns einfach riskieren Judo mäßig Ich bräuchte mal Heilung Der Litane hat mich erwischt Guck mal Hier geht die Tür Also wir haben jetzt Wir haben jetzt drei Hinweise sofort gefunden Und gleiche Spiele bei uns ne Und jetzt wo wir eigentlich nicht so Habe ich es erwischt? Äh nein Hier wäre nochmal Muni Hier wäre auch nochmal Muni Hier wäre auch nochmal Muni Hier wäre auch nochmal Muni Hier ist ja richtig groß Kann man hier zu machen Kommen sie her Kommen sie her Kommen sie her Achtung ich schmeiß dann Wenn er kommt schmeiß ich Hier wäre es eigentlich cool wenn wir es hier in diesem Raum killen könnten Dann wäre es hier richtig cool Weil hier ist ne Luke Hier könnte man dann runter gehen Nein Oh nein Oh nein Genau die Luke habe ich gemeint Loh Na gut dann komme ich zu dir runter Wollen wir schön zusammen bleiben jetzt Hier wieder irgendwo Hier ist ne Tür Ah Ok Gut zu wissen Ok Hä? Lol Ok Moment Oh die ist verschlossen Hier Oh Ja hier ist Heilung Obwohl Ne Hier geht es glaube ich noch raus Ja hier geht es noch raus Vergiss Ich bin voll im Arsch Ich laufe gar mit ne Fackeln in der Gegend an Hier geht es rein Da können wir da rein Ich habe den Eingang leider noch nicht gefunden Toll jetzt sind wir voll im Arsch von dem Eingang Jetzt sind wir schon getrennt Alter wo bin ich denn hier Ich bin wieder in dem Raum wo wir runter gefallen sind Naja ich versuche immer wieder rein zu kommen Ich komme jetzt rein Ähm Das waren nicht deine Schüsse oder? Ich habe nicht geschossen Mann Dann hat jemand geschossen Wo bleibt die Spinne man? Da hinten ist eine Ich habe es erwischt Sehr gut Hörst du es? Ja höre ich Was wir machen könnten uns Und uns hier verschanzen Boah Ich bin vergiftet Die haben alles gut erwischt oder? Ja die sind Aber wir bleiben hier in diesem Raum einfach Hier ist immer gut Ich bleibe Ja Nein Oh Alter ich bin wieder unterflogen Ich kräfte nicht Ich sehe nicht ich bin vergiftet Ich bin ever Ist hier war noch Gift bei Ich muss mich klein Need kein Gift mehr Bist du hierans halt aber ich bin wieder vergiftet wieder bis jetzt ja ja hey sogar in diesem raum aber die hunde die sind nicht wegen uns aufgeschreckt ich wollte gesagt haben da kommen sie eh nicht rein hier und durch die luke können sie eigentlich nur was reinwerfen ja eigentlich hier nur bis auch nicht wo also ich check da hinten ab und alter wenn die hier rein stürmen mit trofeln wenn ich weiß dass jemand ist könnte ich da wenigstens eine splitter granate auswerfen siehst du wenn da jemand um die ecke kommt und rein möchte bei uns hier wenn rechts jemand kommt ja oder nehme ich jetzt die granate in die hand wenn da jemand kommt dann werfe ich die granate da einfach rein genau so wenn da jemand bei uns rein möchte ich höfst die granate obwohl es vielleicht eine schlechte idee ein stürmer mit trofeln haben wir verkackt und dann können wir uns noch gegenseitig kanal und ich sehe dich gerade gar nicht musst du hier hier bist du ja fast schiefen hat den eingang ein bisschen ab dass wenn der ja aber die schießen draußen ist vielleicht kämpfe kämpfen die sie gerade gegenseitig ein bisschen so auslöschen gut der zoom hier bringt gar nichts gerade also man muss aus der zu schießen hier ja ich auch hatte wirklich aus diesen aus dieser luke was reinschmeißen also entweder hätten die über die können sie gar nicht sehen die wissen ja gar nicht wo die verbannung ist das ist ja so grob eigentlich dann erwischen sie aber eher mich weil du spieler nicht ganz gut oder die wissen die maps so gut ja gut aber du musst erstmal sehen dass er wirklich die spinne lügt es wäre gut wenn man die luke zumachen könnte also wenn ich es hinbekomme und du da jemanden siehst versuche ich die granate hinterzuwerden mal schauen ob es funktioniert ja ich sag dann ob sie stürmen oder ob sie wenn sie nicht stürmen wäre für die granate wenn sie stürmen wird dann haben wir eben verkackt eigentlich ich höre schritte glaube ich so ist aber ich darf echt nicht suchen dass ich gar nichts mehr also ich glaube ich höre schritte draußen im schlau ja das kann schon sein dass ich höre über die hunde bellen vögel sind weggeflogen das sind hunde pro spieler ich gehe erst zur spinne und schau mal dann gehst du ich höre holz kann es sein dass er vielleicht schon herren zu nütz geh du schon mal zur spinne geh hin ich könnte molotow ja ich könnte molotow vielleicht hinterwerfen jetzt geholt holen schau nach ja ja zwei direkt vor uns die müssten herren sein die sind links links von der metalltür kann man da durchschießen wahrscheinlich schon ja weiß ich nicht die laufen gerade um uns rum ah scheiß die waren dann versuchst rennen zu schießen also was wir machen könnten ist natürlich jetzt nach unten gehen ja ich weiß schon das wäre natürlich ey kommt rein oh ich brenne jetzt der war nicht bild ich springe runter ich habe keine andere wahl ok blöd ich muss die brennung stoppen den glaube ich über mir ja ich habe eingetroffen ich glaube die wissen nicht dass man darunter springen kann ja die laufen hin und her ich bin jetzt unten ich komme zu dir ich komme zu dir lauf nicht so viel machen wir so wenig geräusche wie möglich gerade wo sind sie denn die sind drinnen die sind drinnen jetzt ja jetzt können wir von unten eigentlich ne monotow hallo eine ist unten wo ist ein ausgang achtung guck mal eine könnte links ja eine kommt eine kommt eine kommt oh hast du dann eben geschossen oder ja der zoom der ist unglaublich scheiße ja voll weg komm wo ist eigentlich ein ausgang genau scheiße wir können ja doch wir können in diese richtung rennen jetzt wieder da was jetzt wieder da der zoom ist richtig wir sind beide da ich wäre mit dem molotow ja schön jetzt komm hinter komm hinter die könnte es nicht schaffen wenn wir jetzt kommen die nicht hinterher ob bitte sagt sie kein monster alter holy shit wir sind so am arsch kommendes gebüsch da ja cool nicht zum verstecken hier laufen 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 versuchen in diesem holz stamm da wir laufen in die verkehrte richtung wir müssen trotzdem hinter dem link einmal aus dem zumpf weg weil es müssen die durch den sumpf laufen das wäre unsere chance eigentlich jetzt laufen noch etwas weiter hinter oder wollen wir nicht abgehen darum die andere richtung wir können noch unten rennen nach unten oder ach so da ja ein bisschen links halten ich muss blutung stoppen tut die wahl heilig mich schnell ja mal kurz halten eigentlich hier werden aussicht tun wir können wir snipen nene nene raus und in den wald warte ich hab mal kurz mit die verfolgen uns ja schießt du ja ich schieß auf einen triffst du den lol ne lauf mit dem zoom komme ich einfach nicht zurecht keine chance ja die waffe ist so behindert ich muss also wenn ich das überlebt dann andere waffe die sind gerade bis abgelenkt mit den monstern dass wir sie nicht gekillt haben ohne hunde hier sind einfach so viel freies feld ich versuche mir hinterm busch zu laufen oder so naja ist einfach gerade gar nichts kein wald gar nichts ein bisschen weiter links nein bitte hunde bleibt einfach weg ich schaue noch mal ganz kurz mit dem oh sie werden nicht mal angezeigt ist mir also relativ weit weg ein bisschen weiter rechts damit die hunde nicht reagieren ich weiß nicht ich habe gerade einfach nur das bedürfnis weil wir die spinne getötet haben nur das bedürfnis zu entkommen egal ob wir jetzt nicht ob wir viele punkte bekommen oder nicht das ist mir gerade irgendwie rain voll egal na wir sollen doch drei hinweise spinne getötet verbannt so schlecht ist ja aber wir haben heute kein kleinfiech gemacht was bösele die punkte bringt der stimmt so ist klein ich habe echt wahrscheinlich gar nichts gemacht das ist natürlich der wir haben ekelhafteste ausgang wahrscheinlich hier den ich nicht finde muss direkt vor uns sein ähm äh ich höre doch so eine tisch ich schaue noch mal mit oh ja ich sehe bis was müssen uns verstecken ich bin ja hinter dem boot einfach verstecken das muss ausreichend sein einfach hier so ja einfach hier so jawohl ich bin immer noch im spiel gut erst mal waffe wechseln dafür dass wir gegen üben wollten gegen spieler zu kämpfen nicht schlecht nicht schlecht ja aber wenn ich die nicht mehr auf dem offenen feld trefft dann da brauche ich das gar nicht versuchen das war nahkampf kacke das waren fernkampf kacke das war ja nur behindert die waffe aber das haben wir relativ gut hinbekommen also es war echt eine kulome von der sonst mhm 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 21 bloß dann ist ja schlecht mhm aber irgendwie sind wir eigentlich auch nur durchgegangen heute ja dafür dass es eigentlich so eine kurze runde war sag ich mal ja jaja ging es eigentlich jetzt echt voll das war eine geile taktik mit dem monotov und dann einfach wegrennen war nicht schlecht zum glück habe ich dran gedacht dass ich ihn hatte man die splitterbombe Also, ich bin jetzt Level 13. Ja, ich auch. Schön. Ja, bei Level 13 ist schon hart schlecht eigentlich. Ich glaube es genau, im Vergleich zu deinen anderen Runden. Ja, ja, klar. Ja, aber nächstes haben wir jetzt überlebt und Boss gekillt. Alles gut. Ja, verbannt und ja. Das müssen wir heute kommen. Also, das ist nicht normal, dass man es geschafft hat. Also, heute müssen wir theoretisch noch eine Spinne. Eine Spider müssten wir eigentlich noch einmal killen, damit ich die Daily Mission habe. Aha. Aber ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Weil es einfach schon viel zu spät ist und ich muss morgen arbeiten. Ja, schon. Ja. Deswegen erstmal danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschau.